Herzlich willkommen zur betriebswirtschaftlichen Lektion gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge. Wir befassen uns in dieser Lektion mit dem Markt, Kräfte, die auf dem Markt wirken, einwirken, Angebot, Nachfrage. Wir befassen uns aber auch mit dem Spiel dieser Kräfte und der Preisbildung. Wir fokussieren uns anschließend auf die Unternehmung, die Unternehmung mit ihrer Umwelt, wieder der Bezug zum Markt, wie aber auch zu Konkurrenten, Lieferanten und auch Kapitalketten. Der Schluss dieser Lektion bildet die Führung, die als Ganzes das Unternehmen im Markt auch steuern muss. Aus wissenschaftlicher Sicht und in diesem Sinne viel Freude an dieser Lektion. Aus wissenschaftliche Zusammenhänge.